hallo und herzlich willkommen zu dully tv spielt monster hunter world und wie ihr in folge 1 und folge 2 gesehen habt wir sind noch ganz am anfang wir sind jetzt in der dritten folge von unserem geilen kleinen let's play zu monster hunter world und sie sitzen hier bzw stehen hier wieder an der gleichen stelle und schauen uns diesen wunderschönen blick an ich habe im laufe der letzten anderthalb tage zwischendurch mal wieder gespielt und mir ein paar sachen angeeignet unter anderem spiele ich jetzt nicht mehr mit der langschwert sondern mit der morph axt weil mir die irgendwie ein bisschen besser gefällt ich wollte was haben was ein bisschen wuchtiger ist gleichzeitig spiele ich aber auch noch mit dem mit der insektenglaue das ist so ein stoff mit einer klinge dran der man aber auch gleichzeitig als sprunghilfe nutzen kann so kann man über monster immer drüber springen und auf sie drauf springen jetzt bin ich aber nicht ganz ich bin noch nicht so firm mit dem kräften deshalb kann ich mich gerade nicht so richtig entscheiden was ich denn kräften soll ich habe jetzt hier schon mal die morph axt als knochen axt mir zusammen gebastelt und jetzt werde ich das machen wir zusammen noch einmal einen großjahrgras killen weil dann haben wir nämlich diesen geilen auftrag hier erledigt wenn wir das erledigt haben dann bauen wir uns eine großjahrgras morph axt und wenn wir das gemacht haben dann gehen wir in die story mission weiter aber wir machen jetzt erst einmal den kampf mit dem großjahrgras genau das müssen wir erstmal in untersuchungen noch mal schauen wir müssen nämlich eine großjahrgras machen genau so und dann müssen wir beute zug da machen wir nämlich großjahrgras erjagen da müssen wir noch einen machen da seht ihr ich habe schon zwei noch mal extra gejagt und jetzt holen wir uns noch mal schnell einen dritten das nehme ich aus dafür also es könnte das könnte ich gerade mal eben kurz angucken dann kann ich von hier vielleicht schon ja komm mal ich kann ich bin hier direkt die untersuchungen schon starten und dann nehmen wir großjahrgras untersuchung großjahrgras wo haben wir den denn ein großjahrgras muss ich killen das mache ich jetzt hier dafür gibt es silber und gold ähm silber und bronze ich nehme aber silber und silber da gibt es hier noch einen unten irgendwo da ein großjahrgras silber und silber das nehmen wir das oder ist das gold hier das ein goldenes und ein silberes oder das ist ein bronze und ein silberes dann nehmen wir das hier ein goldenes und silberes ist natürlich auch ein bisschen schwieriger weil wir hier nur 15 minuten und keine 50 minuten haben oder mal schauen hier haben wir 50 hier haben wir auch 50 minuten ok aber da gibt es mehr cash aber hier gibt es einen goldenen ja da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt sind diese golden ist das wirklich gold bringt das einfach wir machen das einfach ein spieler machen das alleine heute ums und los geht das wir gehen raus im südwestlichen lager irgendwie das langschwert ich habe erst das langschwert gespielt also diese lange katana und ja ich weiß nicht so genau also ich fand es geil also ich habe das nicht umsonst direkt als erste waffe gehabt das hat mir auch spaß gemacht die ersten 1,5-2 stunden aber irgendwie ist mir nicht das gegeben was ich wollte und dann habe ich mich mal umgeschaut und dann fand ich die morfachs halt geil weil es geil aussieht und die insektenglarbe die finde ich vom spiel her deutlich interessanter als alles andere weil man dadurch halt sehr hoch springen kann und das reiten oder mounten von monstern ist natürlich auch ganz geil also wenn man irgendwo drauf springt und dann so ein bisschen in den rücken schnetzelt das finde ich persönlich ganz geil weshalb ich den insektenglarbe auch einfach sehr gerne benutze aber jetzt hier erstmal aber wir wollen es ja nicht fangen wollen wir uns ja ach so wir müssen es fangen die quest schlägt viel wenn du es tötest sei also vorsichtig die vorräte zum fangen eines monsters sind vor Ort beruhigungsbomben sind ein absolutes muss wir fangen uns ein großjahr das ist das nicht geil simple beruhigungsbombe megatrank aber dafür müssen wir ihn natürlich erstmal ordentlich schwächen was haben wir denn dann die simple schockfalle ah ok ja gut das ist doch ganz lustig ich habe noch nie ein monster gefangen ich würde sagen dann machen wir das einfach aber vorher kann ich eigentlich noch was essen ne das habe ich jetzt verkackt äh hätte ich was essen müssen vorher ja ja haben wir hier eine simple ration ziehen wir uns gleich auf den weg rein erstmal schauen wir dass wir den großjahr das überhaupt finden da ist er auch schon da ist er auch schon gehts hier direkt dann hat sie die baller 470 wenn ein monster hüten lässt lässt es sich schwer fangen du musst es erst ermüßen so und das gelbe an der morfag ist nicht kann man von einem schwert zu einer künftwand nehmen und in der schwertmodus hat sie nämlich den move hier mit dem schädel seht ihr das seht ihr das seht ihr das ist das geil BAM ich hab das schwert reingerammt und dann habe ich ihn angegeben zack 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 sind auch fah dann oder kann IF bis dass das du ärger egal Egal. Ich bin, so wie gesagt, Morphax spiele ich jetzt gerade erst so seit ungefähr einer 3 viertel Stunde Spielzeit. Halte ich bei den Kombos noch nicht so ganz in Runde. Machen wir einmal den Wetzstein. Sonst auch noch mal eine Station rein. Ein bisschen mehr Ausdauer. Nehmen wir uns gleich noch hier einen Honig mit, weil da habe ich nämlich auch noch so eine Untersuchung am Laufen. Ein bisschen mehr Cash. Cash und Cash. Ach ja, ein Träumchen. Immer schön, immer schön alles abbauen, was man findet. Wir haben ja 50 Minuten Zeit, ne? Wir haben ja genügend Zeit. So, wo ist er? Da hinten ist er. Seht ihr ihn? Schon gerumpelt? Ich weiß es nicht. Okay, dein Monster ist in den Seil. Jetzt, eine Feuer auf dem Kader. Da ist ein Wiener. Kader, Kader. Kader, Kader. Kader, Kader. Da. Ja. Ja. Wir haben es. Wir haben es direkt gefangen. Das ging ja... Das war ja easy to. Wie man jetzt kennt sich. Easy, oder? Ich meine, besser hätte es doch gar nicht laufen können. So. Hier noch ein bisschen was. Looten. Looten, bisschen looten. Ey, das ging ja... Das ging ja besser als geplant. Doch wie ein Großjahr war es gefangen. Richtig geilen Scheiß gerade erledigt. Raufgesprungen. Richtig wie die Mordwachsen drückt. Und dann perfekt gefangen. Guck mal, was ja alles geiles kriegen. Für einen geilen Schizzle. 4 Minuten 39. Ey, komm. Wenn das nicht mal geile Unterhaltung ist, direkt wird hier abgeliefert. Stopp. So wird das gemacht. Geiles Scheiß. Eingesammelt. Russjahrgras Klaue. Nice. Dann können wir uns gleich schütteln. Russjahrgras Axt bauen. Russjahrgras Mähne. Wollen wir immer haben. Russjahrgras Klaue ist unser goldener Gegenstand. Den wir auch mit. Verlassen. Dann haben wir unsere kleine Katzenbäume genommen. Beide. Egal. Top ey. Das ging ja deutlich besser als gedacht. Meine Güte. On Cam. Direkt das erste Monster gefangen. Was für ein Profi. Ich dachte immer. Ich habe ja bis jetzt nur Monster Hunter auf der PSP gespielt. Das wisst ihr auch. Deshalb dachte ich immer, dass das ultra schwer wäre. Ähm. Ähm. Ja die. Die Dinger halt so. Wir gehen auf die Jagd. Aber das war ja relativ einfach. Da können wir ja direkt noch. Ähm. Ein Russjahrgras killen hinterher würde ich sagen. Hier Untersuchung. Dann machen wir doch direkt noch einen. Ähm. Großjahrgras Untersuchung. Wir jagen alle Ziele. Wir jagen alle Ziele. Was müssen wir denn machen? Was müssen wir denn killen? Achso. Die dort gezeigt werden. Machen wir noch da. Fang einen. Großjahrgras. Das haben wir ja gerade gemacht. Hier. Wir jagen einen Großjahrgras. Dann machen wir das noch. Weil. Einen muss ich noch killen. Für die. Dailies. Dann machen wir das auch noch eben. Dann machen wir noch zwei. Ich mein. Wozu auch nicht? Das Loot kann man ja gebrauchen. Nicht wahr? Auch direkt losgehen. Das Loot kann man gebrauchen. Oh wie geil das auch funktioniert hat. Ne. Mit diesem Aufladen. Mit dem raufspringen. Und direkt das Ding in den Kopf wieder. Ey. Das war. Das war legendär. Also das. Das hat mich sehr erfreut. Gerade. Dann nehmen wir hier. Äh. Ich halte meinen. Da ist mein Grill dabei. Ja. Komm. Ich will jetzt eben was. Musik hören. Perfekt. Bratener Steak. Und. Die Musik verarscht einen nämlich ein bisschen. Die hört einmal kurz auf. Geht aber noch mal weiter. Wenn man zu früh macht, ist es noch roh. Perfekt. Zwei perfekte Steaks gebraten. Ist das nicht legendär? Ziehen wir uns auch gleich direkt rein. Ähm. Aber vorher. Aber vorher. Suchen wir uns erstmal. Den. Großjagers. Was ist er denn? Vielleicht haben wir ja Glück. Und der turnt hier direkt wieder. Am Anfang rum. Das wäre natürlich geil. Da. Guck mal. Kommt er da schon? Ich glaube ich sehe ihn da vorne. Ich glaube ich habe ihn gesehen. Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Komm mal erstmal schnell ins Deck. Boah er sich hier den Bauch voll schlägt. Packen wir ihm gleich mal ein bisschen den Schwanz an. Oh jetzt hat er sich schon so ein Ding reingespritzt. Seit früher. Da hätte ich vielleicht vorher auch sein sollen. Egal. Oh die Spur. Die nehmt noch knapp. Ne war das. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Erstmal. Hauen. 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 und jetzt habe ich zu viel aufgeladen im abbrechen der attacken da bin ich noch nicht so ganz immer schärfen aber gleich da sind Ich liebe dieses Spiel, wirklich. Ich mag dieses Spiel sehr, sehr gerne. Macht extrem viel Spaß. Auch wenn ich noch am Anfang bin und ich erst nur wenige richtig große Monster gesehen habe, ich habe richtig Bock drauf. Es macht einfach mega Spaß. Da rennt er weg. Seht ihr ihn? Freigesau. Dann ziehen wir uns oben noch das Deck rein. Jam, 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 jam. Boah, der ist das Deck. Das ist so toll. Da kann man herbeschreiben. Da gibt er Mine. Ach komm hier. Wenn wir schon so eine Spur haben, ne? Nehmen wir die auch noch mit. Ja, alles Point. Boah. Der hat den Baum. Okay, krass. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Kommst du? Ich habe schon mal ein Schwert bereit. Ne, komm noch mal. Mach noch mal einen Morph-Axt. Das ist echt fies. Oh. Egal. Kann mir gar nichts. Aufladen. Aufladen. Jetzt hatten die ihm das in den Bauch. Und jetzt. Geil. Nichts. Guck noch schön. Ruf drauf. Wie geht es. BAM. Sieg. Sieg. Sieg ist geheul. Geil. Einfach nur geil. Jetzt schön Lootimack lootsen. Guck mal, weißt du was ich krieg? Wenn man Glück haben, ich hoffe es noch, hier so einen Vogel mitzunehmen. Oder? Guck mal. Ich stelle das jetzt raus. Mach ich so. Haha. Gefangen. Und noch rein. Ah. Nehmt euch alle mit. Meine Vogel. Drei Vogels noch mitgenommen. Wie noch so rumliegt. Noch irgendwas. Alles schön aufsammeln. 20 Sekunden noch. Eine. Noch noch was. Nehmt auch noch mit. Ach. Nicht mehr geschafft. Knapp. Aber Christ erfüllt. Nice Stein. So gefällt uns das. Oh guck mal. Das ist doch ein schönes Bild, oder? Als würde er niesen. Als hätte er viel am Staub geschnückelt. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Nehmen wir. Oh, das nehmen wir natürlich auch mit. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und was haben wir hier? Klaue. Und nochmal ne Klaue. Geil. Alter, wir sind so rich. 13.000. Äh, 18.740. Und Gadget-Erfahrung. Stufe 4. Geil. Vitalitätslieferung. Effektiv verbessert. Effektiv verbessert. Nice. Forschungspunkte. 148. Ja, die, äh, mit den Forschungspunkten kann man sich zum Beispiel, ähm, in der Kantine auch Essen holen. Das ist das, was ich gerade vergessen habe. Ähm, aber braucht mir gar nicht. Hat ja auch so ganz gut geklappt. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zum, zum Head-Border. Zum Expedition zurückkehren. Yes, baby. I want it. Biresuruk. Ach, herrlich. Ich mag das Spiel so gerne. Macht echt Spaß. Okay, geil. Jetzt können wir hier erstmal, ähm, glaube ich noch was abgeben. Ich glaube, ich habe noch was anderes. Oh, 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 du hast das hinbekommen. Da, sehen sie? Oh, alter Wald. Wusste ich doch. Da kriegen wir noch ne Rüstungskugel. Und noch eine. Da haben wir dreimal Honig. Haben wir aufgemacht. Geil, was haben wir noch? Er jage drei Spitzung. Alter, nochmal drei Rüstungskugeln. Wir können jetzt richtig geil erstmal in die Schmiede gehen. Sonst geil was zusammen zaubern. Was haben wir hier noch? Ich jage ein Großjagern. Nice. Okay, geil. Dann würde ich sagen, Lieferung. Haben wir noch irgendwas, das wir abgeben können? Nee. Dann erstmal ab in die Schmiede. Und geil was schmieden. Dann machen wir die nächste Hauptquest. Würde ich einfach mal so, einfach mal so sagen. Machen wir. Ich kenne jetzt erstmal Morph-Axt weiter. Fällt mir. Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Danke, sehr gut. Ausrüstung schmieden. Ausrüstung verbessern. Würde sagen, wir klicken jetzt auf verbessern. Und machen aus unserer Axt, die wir gerade tragen. Ne, die Proto-Eisen-Axt, genau. Dann machen wir jetzt eine Jagras-Axt raus. Dann hat die nämlich 285 Angriff. Und die, die wir gerade tragen, die Knochen-Dings, die hat 350. Und das andere hat dann 385. Das ist noch legendär. Was haben wir hier? Kann man noch gar nicht bauen. Egal. Nehmen wir erstmal die. 1000 Cash. Schau mal, wie viele geile Jagras-Schuppen wir haben. Machen wir einfach. Bums. Mögliche Materialien. Ja. Geil. Wollen wir zu ausrüsten? Ja. Wollen wir ausrüsten. Können wir direkt schon upgraden? Wie sieht's auch? Guck mal. Da schlabbert so richtig schön die Jagras-Haut hinten dran. Gefällt uns. Okay, was können wir jetzt hier noch aufrüsten? Kugeln. Wir haben 12 Rüstkugeln. Wir könnten unsere... Da machen wir auf jeden Fall nochmal einen höher. Auch bei 8 Verteidigung. Das wäre sehr gut. Und dann würde ich sagen, rüsten wir unserem Paliko doch auch nochmal was aus. Wieder auch so einen geilen... Guck mal, das sieht doch fresh aus. Dann ist ihm auch schön warm, wenn es mal kalt wird. Jagras-Mene. Bin ich auf jeden Fall bereit zu zahlen. So, gegen Feuer. Verteidigung 2. Aber es hat Verteidigung... Wasser 2. Donner, Eis, Brachen. Frage, ne? Eine Frage, was ich immer grundgelegen habe. Egal, wir machen das jetzt einfach mal. Ich kleide ihn jetzt einmal komplett in Jagras ein. Ja. Ausrüsten. Noch so einen geilen Helm hier. Nein, wozu haben wir den ganzen Schund? Machen wir das einfach. Eigentlich ist das nicht so gut, dass er jetzt nicht gegen Feuer ist. Aber ich weiß natürlich nicht. Ich glaube, der nächste Gegner... Wir haben ja schon gesehen, dass er diese Pukkei-Pukkei... Ähm... Der hat ja... ... gar kein Feuer. Der hat ja nur so eine lange Zunge. Ist das gar nicht so jung. Ich glaube, der kann einen nur vergiften. Aber das sehen wir gleich. Ja. Schön ausrüsten. Jetzt haben wir 5. Im Gegensatz zu 2 und 2. Jetzt haben wir 5 und 3. Geil. Und er sieht ultra fancy aus. Richtig gut. Haben wir gut gemacht. Ja, schon mal komplett im Jagras-Bau. Eigentlich könnten wir uns ja auch noch... ...Jagras-Rüstung jetzt mal schmieden. Wir haben so viel von dem Stuff. Jagras-Set, da. Wer hat das denn im Vergleich? 8, 8. Achso, das hat natürlich genau die Attribute, die gerade bei unserer Katze. Ein Wasser. Ein Drachen. Können Sie uns mal einmal kurz angucken, wie sie aussieht? Ja, nicht schlecht, aber... Ich muss sagen. Unser sieht auch gut aus. Was gibt es denn noch so? Uh, das sieht bossmäßig aus. Aber ich mag die Pre-Order-Rüstung. Deshalb behalten wir die jetzt erstmal noch ein bisschen. Und machen da gar nicht groß was weiter dran, sondern gehen direkt damit auch jetzt weiter los zur Hauptquest. Boah, guckt euch dieses riesengelbe Dings jetzt an. Geil. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Hauptquest ist. Ob wir direkt gegen Pukkei-Pukkei kämpfen? Wäre... Wäre interessant. Gucken, was der Kommandant uns so erzählt. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jäger. Die Pukkei-Pukkei-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Kann ich genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Pukkei-Pukkei zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Wir werden das schaffen. Und sei vorsichtig. Ja. Glück brauchen wir nicht. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partner, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Okay, machen wir gleich. Hey, du. Jäger, hast du dich inzwischen an die Abläufe gewöhnt? Neue Welt, neue Regel. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber was wirst du? Du musst sogar ein Leben hängen davon ab. Ganz gesehen, bla 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 bla. Nummer Smalltalk. Gibst du uns jetzt noch was? Nein, ich kriege nichts von ihm. Dann will ich auch nicht mit ihm reden. Wenn er mir nichts gibt, dann will ich nichts von ihm. Jetzt werden wir erstmal von einem zum nächsten gekriegt. Rede mit der Wildexpertin. Genau, das machen wir uns als nächstes. Ach, ich mag das einfach hier. Diese Städte, die aus Schiffen gebaut wurden. Ach, toll. Was, er will uns der Koch erzählen? Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschatten? Das wäre was. Kümmere dich um die Quest Pilzeinsatz im Uralpwald. Dann wird unser Menü umfang reicher sein, als der Bauch eines Großjahrgras. Kümmere dich darum, dann bekomme ich die Ware mit in meinen Pfoten. Lass mich nicht hängen. Okay, geil. Machen wir auf jeden Fall. Gemähe Pilze. Das heißt, wir müssen jetzt nebenbei auch nochmal nach Pilzen ausschauen. Ein Ding. Wildexpertin in Ordnung, Partner. Es wird Zeit, dass wir auf Pukei Pukei-Jagd gehen. Ja, weil ich Bock drauf. Wenn das erledigt ist, können die Gelehrten untersuchen, ob die Schanke, ob die Schlacke vom Zora-Markt daraus stammt. Okay. Jetzt mal ehrlich. Von welchem Monster könnte ich so ein Zoramula auch machen? Sonst stammt. Es gibt zwar keine Gelehrte, aber grünende Lavasteine. Hallo. Neue Questen kann man machen. Natürlich. Go, go, go. Aufgaben. Da. Bringende Pukei-Pukei-Jagd. Was? So wenig Cash gibt es dafür nur? 2.520. Da habe ich ja mit dem Großjahrgras mehr Cash gekriegt. Egal. Wir versuchen das jetzt erstmal alleine. Pukei-Pukei soll ja anscheinend ganz oben sein. Das heißt, wir gehen auch mal ins nord-östliche Lager. Dann müssen wir nicht so weit lanchen. Aber vorher. Erstmal uns geil noch was. Geld bezahlen. Nehmen wir denn. Ausdauer plus 25. 25, 25. Ah, komm. Gib mir mal so ein schönes Fleischgericht. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ey, ich mag das ja, dass das hier das Kochen da abgefeiert ist. Einfach schön dazu zu kommen. Da kriegt man direkt Hunger, oder? Hm, jam, jam, jam. Geil. Cool. Okay. Dann, ähm, ja. Geht's los. Machen wir uns mal an, das Pukei-Pukei. Den Pukei-Pukei? Die Pukei-Pukei? Wir wissen's nicht. Wir werden's niemals herausfinden. Wir wissen nur, dass wir's töten müssen. Wenn es Blut, können wir's töten. Ja, wenn es Blut. Ja, wenn es Blut wird mal hinten drin. Haben wir hier? Ah, geil. Wir haben auch Dreck. Gegenkifft am Stissel. Sehr gut. Wir können noch was anderes reinschmeißen. Machen wir gleich hier. Interaktion. Okay, jetzt müssen wir erstmal den Pukei-Pukei-Bob finden. Keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht hier? Vielleicht hier? Ich probier's mal aus. Können die loslegen, wenn wir Pukei-Pukei nicht haben. Okay, auf geht's. Pukei-Pukei killen. Dann. Und natürlich nicht vergessen. Immer alles schön einsammeln. Nicht wahr? Oh nein. Egal. Du denn? Das ist ein Schwein. Hallo, Herr Schwein. Danke. Weil die geben nämlich so eine Pilze oder irgendwas, was die auf dem Rücken tragen. Das ist kein Gebrauch zum Kochen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich werde aber erstmal wieder hoch. Ach ja, hier die Lianen. Man kann ja auch hier so ein bisschen die Lianenschwingerei machen. Aber das machen wir jetzt nicht. Oh, ist er das? Ist er das? Das ist er. Das ist Pukei-Pukei. Ja. Jetzt hat er das gesehen, oder? Ja. Vielleicht hat er mich angegriffen. Egal. Wir sammeln erstmal noch die weiteren Fußspuren. Die haben wir gemacht. Pilze sollen wir auch einsammeln. Okay. Dann nochmal eben ein Steak reinziehen. Und dann würde ich sagen, geht das los. Gegengift schon mal auswählen. Oh, die Tüme, die Tüme. Die Tüme. Und jetzt schwer. Das war knapp. Egal. Oh. 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 Das war genau in dem Moment, wo er losgegangen ist. Ist ja. Ah, da war die. Da war die Sauber. Zum Beispiel was, was ein. Na komm. Ja, nein. Wieder drauf. Ich bin komplett gefetzt. Jetzt muss ich mal kurz zurückziehen. Erstmal Gegengift. Und dann ein Mega-Tri. Dann stellen wir uns in den Kampf. Uuuuh. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Er fliegt. Ne, was ist das denn? Das ist ganz anderes. Wo ist der Pukki-Pukki? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was bist du denn? Du bist auf jeden Fall viel zu groß. So ein Riesendinosaurier. Kommt da einfach um die Ecke. Okay. Wir müssen. Das Pukki-Pukki. Wir müssen uns verfolgen. Geht noch da. Und dann gehen wir einfach so mit. Sollte ja auch passen eigentlich. Wenn wir jetzt hier nach rechts gehen. Nee, das ist die falsche Spur. Oh, das war echt knapp gerade. Da wären wir fast in Ohnmacht gefallen. Der Pukki-Pukki bestimmt zu sich nach Hause gegangen. Enter jetzt ne Runde. Gehen wir richtig? Aua. Äh. Oh. Ja, wir gehen auf jeden Fall noch richtig. Gehen wir weiter gehen. Ist er hier hoch? Ja, siehst du? Der ist nämlich bei sich zu Hause jetzt. Ganz schön ein Stück laufen. Ja, okay, okay. Mal schön auf die Ausdauer achten. Hoffentlich ist jetzt dieser Riesendinosaurier den ich gleich nochmal am Start. Okay. Ich glaube aber, bevor wir reingehen, setzen wir noch einmal. Und bringen uns nochmal ein Steak rein. Das wird auch gemacht. Da ist er. Und weiter geht's. Ah, da war die Zunge. Ich glaube, man könnte auch auf ihn drauf springen. Geil, wir haben den Schwanz abgehakt. Komm, wir müssen halt irgendwie... Oha. Ja. Ja. Ja, ich hab' den. Weil im Loot gibt es nämlich immer... Geilen, äh, zusätzlichen... Äh, im Schwanz gibt es immer geilen zusätzlichen Loot. Guck mal den A-Takt. Guck mal den A-Takt. Guck mal den A-Takt. Das hat geklappt. Oh, ein letzter Jocke macht das richtig gut. Der lenkt ihn richtig schön ab. Ohne, sind wir drauf. Perfekt. Immer schön auf dem Kopf. Gibt zwar nicht so viel ab, aber ich glaube, das gibt einen kleinen extra Bonus, wenn man da oben drauf ist. Oh, jetzt kommt auch noch so'n Großwerdmast dazu. Eieieiei. Da haben wir's. Deswegen will man auf den Kopf. Oh, stopp. Alter, der hat so gefressen. Und noch mal. Das war heftig. Alter, Siegesgeheul sag ich da nur. Siegesgeheul! Das war der Epo Cabinet. Alter haben wir den zerlegt. Der hatte ja gar keine Chance. Ich glaube, das war eine richtig gute Sache, dass wir noch die Großjagdars-Axt da sonst schnell gebaut haben. Boah, geil, das war ein richtiger Monster Hunter Moment gerade, war das geil? Also ich feier's, krass, das war doch Premium, jemand der noch nie Monster Hunter gespielt hat so richtig, direkt so ein dickes Ding da erlebt, geil ey, ich feier's, hat richtig Spaß gemacht, oh oh, da ist ein riesen Dinosaurier, Mensch, egal, soll uns nicht weiter stören, wir haben die Mission geschafft und jetzt geht es einfach mal direkt weiter, ist das nicht geil gewesen, was für ne geile Folge bis jetzt, auch direkt raufgesprungen, Perfekt ey, ich feier mich selbst da ein bisschen, hoffe das nicht gut, geil, Lüge einstecken, Guck dir, guck dir Beutel, nice, was hast du mitgenommen, Lamp Hills on the Gift Pins, Geilo Schmeilo, 2520 Mark, es wurde eine neue Arena Quest hinzugefügt und niemand hält für die Kommission auf, ließ alle 2 Stern Aufgaben ab, geil, ey, super geil, Fotos eher lame, aber egal, boah, das war ein Fight ey, das hat Fun gemacht, ey, die Morph-Axt, ich kann sie, wenn ihr noch nicht Monster Hunter spielt und ihr noch nicht wissen wisst, oh, hast du gut gemacht, ausgezeichnete Arbeit mit der Pukki Pukki, ich wusste, dass ich die Aufgabe in die richtigen Hände gegeben habe, nur um dich auf den Laufenden zu halten, wir sind dem Zorak Magdaros jetzt dicht auf den Fersen, aber wir müssen noch mehr herausfinden, oh, wir müssen noch mehr herausfinden, die 5. soll die Gelehrten während ihrer Nachforschung beschützen, übergebe dir die Führung in der Wild- und Fern- und Ödniss, die Quest beginnt, sobald du vor Ort bist, geil, also, wir starten die Drachenältesten Untersuchung, stelle sicher, dass du weißt, was du zu tun hast, das hat Spaß gemacht, wir müssen jetzt die Gelehrten schützen, gruppieren wir uns in der Wildturm-Ödniss neu, geht klar, nimm die beste Art von Quest an, beste Art von Quest, okay, ich glaube, ich gebe aber hier nochmal eben was ab, was ich glaube, ich habe was erlebt, ne, joa, was haben wir denn hier auf der Quest-Hafel jetzt, Aufgaben, neue Story-Mission, in der Wildturm-Ödniss, Wildturm-Ödniss, wurde etwas entdeckt, das wohl der Zora Magdoros zurückgelassen hat, Gege der Fünften schützt unsere Gelehrten, wenn du sie zur Untersuchung eskortierst, ah, ne Eskort-Mission, kriegst die Aufgabe ab, beste Art der Quest, ähm, achso, das ist ne neue Map, ja gut, ich mein, wenn das die nächste Aufgabe ist, dann machen wir da einfach ne nächste Folge draus, und das war's jetzt erst mal für die Quest mit dem, äh, Pukke Pukke, und nochmal paar Großjagras, richtig geile Action mit der Morph-Axt, bisschen was geschmiedet, ich fand, das war ne nice Folge, vielen Dank fürs Zusehen, ähm, vielen Dank fürs Live-Dabeisein, wenn ihr gerade live zugesehen habt, und ansonsten, schaut euch die anderen Folgen an, die ihr bei YouTube in der Playlist bei Monster Hunter World sehen könnt, bei DUDE TV, und jo, wieder viel Entgelaber, ich verabschiede mich einfach, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge, haut rein, bis denn, tschüss. Oh oh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende, seht ihr? Oh mein Liebling, also, du bist ja so, oh mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh! Oh oh! Oh oh! Vielen Dank.